Herzlich Willkommen bei Gloomhaven mit Ciscat. Ja, hallo, hallo und ich werde direkt nostalgisch, denn wir haben beschlossen, es ist Zeit für ein paar Charaktere in Rente zu gehen und deswegen werden nach diesem Szenario, was wir gleich in Angriff nehmen werden, Ragnarang und Violet nicht mehr mit dabei sein. Ja, aber bevor wir das tun, geht es erstmal, wie immer, in die Stadtsbegegnung. Ihr spaziert spätnachts den Fluss im Fundusviertel entlang, als plötzlich etwas in eurer Tasche zu vibrieren beginnt. Es fühlt sich eigenartig an und ihr holt schnell die kleine Metallkugel heraus, die ihr auf der Straße gefunden habt. Sie zuckt unkontrollierbar und zieht euren Arm dann in Richtung des Flusses. Ihr lauft ans Ufer, aber die Kugel vibriert noch immer. Sie wird von irgendetwas im Wasser angezogen. Das hatten wir doch. Das hatten wir schon. Und dann sind wir, glaube ich, hinterher und da war das aber völlig für die Katz. Ja, ich erinnere mich. Also lassen wir jetzt die Kugel los. Ja, vielleicht ist es ja diesmal da. Ich weiß es nicht. Dann lassen wir die Kugel los. Lassen wir sie einfach los. Die Kugel springt aus eurer Hand, schwebt über das Wasser und richtet dann einen gleißenden Lichtstrahl direkt in den Fluss, um etwas in der Tiefe zu beleuchten. Ihr zögert und springt dann in den Fluss, um dem Licht bis auf den Grund zu folgen. Dort findet ihr eine halb unter Steinen vergrabene Holztruhe. Ihr bringt sie an Land und öffnet sie, um darin einen kleinen Metallstab zu finden, der mit seltsamen Gravuren verziert ist. Als ihr ihn hinausnimmt, fliegt die Kugel direkt zu euch zurück und haftet sich an ein Ende des Stabs. Okay, ein neues Item. Keine Ahnung, wird uns jetzt aber nicht angezeigt, dass wir jetzt ein neues Item hätten. Nee, wird uns nicht angezeigt. Also, keine Ahnung. Ja, dann ist es so. Dann ist es so. Auf, auf. In die verdiente Rente. Korrekt. Wir wollen nämlich den Questbaum, sagen wir mal. Wir haben ja mehrere Questbäume, das ist ja ein richtiges Chaos hier. Das ist richtig. Den wir angefangen haben mit den drei Artefakten, wo wir die Orte geerkundet haben und die Bosse getötet haben. Nun das Ende. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. In Angriff nehmen. Das ist die Lehre. Und da müssen wir tatsächlich diesmal das Grauen besiegen. Ja. Das 200 Leben. Das ging alles immun. Wir haben ja immer schon gedacht, dass wir gegen das Grauen kämpfen, aber das war ja nur so ein... Waren immer nur so Vorläufer, ne? Ja, war irgendwie nur so ein Vorläufer. Genau. Jetzt müssen wir wirklich daran. Und wenn wir das gemacht haben, dann hat der Ragnarang seine vier Bossfights erledigt und man muss ganz klar sagen, dass das ja wohl ein würdiger Abschluss ist, hier das Grauen als letzten Boss dann auch Platz zu machen. Ja, und wenn dann der Ragnarang in Rente geht, geht der Ragnarang automatisch mit. Ja, weil die nämlich eigentlich nur sehen möchte, wie zwei Charaktere in Rente gehen und dann geht die auch. Genau. Warum auch immer das ihr Ziel ist. Sie hat halt eine helfende Hand. Ja. Total helfend. Anzusehen, wie andere in Rente gehen. Oh gut, ihr seid zurück. Heil begegnet euch mit Mürrerscharmine an der Tür des Krummknochens. Ja gut, da passte meine Intuition... Intuition? Intonation jetzt nicht zu. Egal, ich lese einfach weiter. Wir müssen reden. Sie hat bei euren Begegnungen schon immer humorlos gewirkt, aber ihre heutige Stimmung ist irgendwie anders. Sie strahlt einen konzentrierten Ernst aus. Seit ihr angefangen habt, durch das Land zu ziehen und die verderbenden Einflüsse zu jagen, die das Artefakt beeinflussen, spüre ich eine Präsenz, die ich lange nicht mehr gespürt habe. Bastian. Der arme Kerl meinte es immer gut, aber... Heil verstummt. Als der Boden unter euren Füßen zu beben beginnt. Es ist nicht katastrophal, aber das Zittern ist zutiefst beunruhigend. Das war das Stärkste bisher. Sie kommen immer öfter vor und ich befürchte das Schlimmste. Heil zieht eine Handvoll grünes Gras hervor und wirft es mit einer komplizierten Bewegung in die Luft. Die Halme fallen in einem seltsamen Muster und verblassen zu einem dunklen Braun, ehe sie den Boden erreichen. Er ist in der Stadt, sagt sie mit eisiger Miene. Irgendwo tief in der Leere. Wir hatten alle gehofft, Heil wird erneut durch eine gewaltige Erdbewegung unterbrochen, stärker als zuvor und scheinbar endlos. Die Esther scheucht euch hinaus, wo ihr eine riesige schwarze Rauchsäule im Nordosten seht. Es bleibt keine Zeit. Sie reicht euch einen kleinen Beutel, der sich anfühlt, als wären Sand und Steinchen drin. Das sollte euch vor den schlimmsten Einflüssen der Leere schützen. Ihr müsst ihn dort aufsuchen und daran hindern, diese Welt in Schutt und Asche zu legen. Wer will Heil euch nicht sagen, sondern zeigt entschlossen in Richtung des Rauchs. Und dann galoppieren wir da hin. Aha. Ja, da waren wir schon weit, ne? Kommt da hinten überhaupt nicht, wir sind mitten in Gloomhaven. Das sieht bei mir aus, als wären wir mitten in Bergen. Als ihr euch der schwarzen Säule nähert, erkennt ihr, dass es kein Rauch ist, sondern ein Strudel aus schwarzem Sand, der bis in den Himmel reicht. Warte mal, nimm mal das Mikro an, dass du pustest auch häufig rein beim Reden. Das ist komisch, weil ich hab das auf Kinnhöhe. Okay. Die Beben halten an, doch ihr hastet so schnell ihr Können zu dem Wirbelsturm. Erst als ihr am Rand der Leere ankommt, zögert ihr. Ihr seht euch die anderen Bewohner Gloomhavens an, die voller Furcht auf die schreckliche schwarze Wolke starren. Keiner wird dem allen ein Ende setzen. Es liegt an euch. Ihr umklammert den Beutel, den Heil euch gab, und setzt einen Fuß auf den schwarzen Sand. Augenblicklich spürt ihr überall im Körper einen stechenden Schmerz, als würdet ihr von innen heraus aufgefressen. Der Beutel füllt euch jedoch mit einer dumpfen Taubheit und ihr geht weiter zum Zentrum der Leere, um in den Wirbelwind zu treten. Im Auge des Strudels wurde der Sand weggeweht und ihr seht einen glatten Steinboden, in dessen Mitte eine Treppe nach unten führt. Ihr steigt die Stufe hinab. Ihr befindet euch in einem großen Raum, dessen Steinwände mit seltsamen Runen bedeckt sind. Es strahlt eine unwirkliche Kälte aus und der dumpfe Schmerz der Leere hält an. Wer tapfer genug ist, hier einzudringen, wird zuerst zerfetzt. Eine hypnotische Stimme heilt durch die Kammer. Den Rest werde ich wie wild jagen und verschlingen. Aber das hier dürfte mehr Spaß machen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, es ist eine Endfalt hier. Als sich eure Augen an die Dunkelheit gewöhnen, seht ihr einen Schatten in der Mitte des Raums. Mit der Zeit erkennt ihr einen Ester, der zwei lange schmale Klingen führt. Ja, dann. Wir sehen uns im Dungeon. Der Ester wirbelt seine Klingen in einem hypnotisierenden Tanz durch die Luft. Nun kommt, apferer Lämmchen. Wer will zuerst das Grauen erleben? Das ist der Dungeon. Alle Söldner und Söldner beschworenen erleiden am Ende ihres Zuges zwei Schaden. Alle Söldner beginnen mit drei Flüchen. Ja, wir planen erstmal die erste Runde. Willkommen in der ersten Runde gegen das Grauen. Angriff sieben, Reichweite fünf. Gift, Wunde, Betäubung. Oh, Scheiße. Es geht ja gut los hier. Aber er bewegt sich nicht. Und das ist also gut, dass wir vorher dran sind. Ich bin nicht vorher dran. Der Ragnarang auch nicht. Ja, aber der Heinz kann die Betäubung tatsächlich aufheben, ne? Ja, das stimmt. Aber nur bei sich. Weil er muss ja auch nicht mehr tun, ne? Ja. Er greift ja jetzt nicht alle an. Ja, toll. Immer nur noch 196. Ist das? Das ist bescheuert. Immer, ich könnte den Schaden abfangen mit einem Skelett. Ja, finde ich gut. Mach. Wenn es jetzt eine Runde lang. Da greift er nur einen an, ne? Ich muss jetzt ein bisschen Sorgen um die Termite auch, ne? Wenn wir jetzt alle am Ende eines Zuges immer zwei Schaden kassieren, ist die Termite ja mega schnell platt. Ja, die muss zwischendurch geheilt werden. So, kein Fluch. Ist sowieso egal. Hier geht es um den Segen. Jeder schön Segen. Bündeschön. Bündschönen. Und dann dürft ihr jetzt alle mehr Schaden machen. Auch das ist wunderbar. You're welcome. So, jetzt ist das Stat erstmal dran. Warte mal, wieso? So hat die jetzt zwei Schaden schon kassiert und der Heinz nicht. Wut? Nein, wo geht er denn dahin? Ich habe keinen bloßen Schimmer. So kann ich ja noch nie angreifen. Fink, der bewegt sich nicht. Ich habe auch gedacht, der bewegt sich nicht. Wieso bewegt er sich? Da steht ja nicht, dass er sich bewegt. Der gibt es doch nicht. Wieso bewegt er sich? Da steht nirgendswo, dass der sich bewegt. Was soll das? Der hat sich nicht zu bewegen. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Ja gut, das ist klar, aber wieso? Okay, das heißt also, der macht immer so, dass es gerade passt. Aber jetzt kann ich nicht angreifen. Ja, ich auch nicht. Was soll denn das? Das ist ja lustig. Das ist mehr als lästig. Ich kann jetzt auch die andere Karte nehmen. zum Laufen. Ja. Ja, dann planen wir mal die zweite Runde. Gucken wir mal, was passiert. Okay, Angriff 7, Reichweite 3, zwei Ziele. 52. Dann teleportiert er sich in Angriff 3. Das ist okay. Ja, jetzt ist die Frage, bleibt der jetzt da stehen? Oder? Ne, der wird sich bewegen. Aber ich muss da hin und Schaden machen. Aber macht der jetzt einen Nahkampfangriff oder macht der jetzt einen Fernkampfangriff? Einen Fernkampfangriff. Also ist es ein Fernkämpfer? Ne, die Karte macht Fernkampfangriff bei ihm. Er ist eigentlich kein Fernkampfangriff. So, legt euch nicht mit dem Heinz an. Alter. Noch 192. Da war ich jetzt eine Zeit. Noch 186. Sehr gut. Hol ich mir schon Karten zurück? Ne, gleich erst. Ne, der greift noch mich an. Okay. Ja, das ist jetzt aber auch nicht so toll, wo du da immer Damage kriegst am Ende einer jeden Runde. Ne. Ja, der macht die Bar den gleichen Counter gegen. Oh, der war schön. Ja. Der war richtig schön. Werden wir den, glaube ich, nochmal holen, weil... Und ich weiß, wo der wieder heilt. Wo der wieder hingeht, genau. Das sieht doch schon mal besser aus. Der hat übrigens recht. Ich krieg den Damage tatsächlich nicht, weil ich negative Szenarioeffekte ignoriere. Ja, ne? Das ist... 1, 2, 3, Scheiß. Ich komm nicht dran. Naja, ich stelle mich wenigstens schon mal noch da. Aber ich werde euch alle stärken. Das ist schön. So, dann hole ich mir eine Karte wieder. Und zwar, dass ich zwei Lieder spielen kann. Jetzt schon. Müssen wir gleich machen. Nice. Ja, der Ragnarang muss die zwischendurch heilen. Ich komm jetzt genau nicht auf die Truhe. Was ist das? Das sieht doch ganz gut aus. Da haben wir schon 21 Leben weg. Und das ist so einen schönen Vorteil. Ist doch richtig gut. Das stimmt. Ja. Na, jetzt macht er einen Ragnarang von Griss. Okay. Das heißt, er wird den Heinz attackieren. Ihr kriegt Schilder. Ja. Ja, ja. Jetzt hole ich mir schon eine Karte zurück. Nee, die Schilder, die brauche ich demnächst. Ich brauche auf jeden Fall nochmal, denke ich. Oh, oh. Ja, ja. Ihr braucht Heilung bald, ne? Ja. Sehr schön. Jetzt könnte ich stehen bleiben, aber ich wollte mit dem Heinz ranlaufen. Das passt wieder alles nicht. Was machst du eigentlich? Ich hatte die Idee, hier einfach einen vorzugehen auf die Schatztruhe und dann hier hin. Oder hier hin, den Typen mit dem Gebirgshammer zu spawnen und den angreifen zu lassen. Ah, ja. Okay. Ja, ich habe halt meine Karten, mit denen ich selber angreifen kann, aufgebraucht. Ich habe ja nur eine. Ja, ich habe ja nur eine. Ja, der müsste jetzt aber kein Fernkampf haben. Das heißt, wenn ich hier mit Ragnarang hingehe, dann kriegt der Ragnarang das diesmal ab. Oh, sehr schön. Ja, das hat wirklich gesessen. 155. 155. Der wird sowieso nicht angegriffen. So, jetzt könnte man überlegen... Ja. Die Karten zurückzuholen. Wobei... Das müsste noch okay sein, diese Runde. Aber ich könnte mich schon heilen, ja. Ja, der Heinz hat ja auch einmal schon einstecken müssen, ne? Ja. 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 Das ist echt heftig, mit den 2 Damage. Das ist okay. Dann kann man leben. 155 noch. Ey, alter, alter. Ja, ist nicht schlecht, ne? Ja. Ja. Das Gute ist, dieses Plus 1, ne? Damage hat schon ordentlich was gebracht. Ja. Jetzt muss die Verteidigung noch kommen. Bewegen muss er sich nicht. Aber selbstverständlich angreifen. Genau. Runde ist egal, vergiftet auch. Oh. Oh mein Gott. Ja, ist doch genial. Das heißt doch aber, meine Viecher... Sternohrring. Haha. Whatever it is. Ja, ich hoffe, das war jetzt okay, dass ich da einfach hingegangen bin. Ja, ja. Das heißt doch, meine Viecher kriegen ja gar kein Damage. Doch, doch. Wenn die dran sind. What? Bewegung 12, Angriff 17. Alter. Was ist denn da los? Aber der müsste jetzt eigentlich den Heinz fokussieren. Der Heinz hat genug Leben. Ach der Moloch? Ausgel... Ne, leider nicht. Aber er kriegt zwei Leben wieder und er gibt sich gleich drei Schilde. Das heißt, er fängt ein bisschen was ab. Mann, 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 ey. Was? So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir dem... dem einen oder anderen schon mal wieder Karten zurückgeben. Na, ich denke, der Heinz könnte welche vertragen, ne? Oder der Rachnerin? Wir kommen gerade nicht darüber hinweg, dass der Leichenangriff... ...angriff 17... ...hat finden werden. Stell mal vor, der wird auf die Termite hauen. Ne, wer ist denn tot, ey? Hat der Heinz noch Moloch auf der Hand? Ja, hat er. Er braucht trotzdem die Karten. Nein, er braucht die. Aber theoretisch... Er ist in der nächsten Runde. Was hat er denn danach noch? So ein Moloch auf jeden Fall und ein Standardangriff. Ja, das ist doof. Er kriegt jetzt zwei Karten zurück. Und zwar hier ein Viererangriff ist gut. Da sind die beiden unteren Aktionen gut. Das heißt, ich brauche noch einen oberen. Dann könnte ich den nehmen. Oder... Ich brauche auch eigentlich niedrige INI-Werte. Ah, ist egal. Okay, okidoki. Und ich könnte jetzt... ...nochmal die Schilde wiederholen. Die waren nicht schlecht, ne? Und nochmal Stärkung auch. Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Bilder und Stärkung. Das ist eine gute Kombo. So. Dann nehme ich auch mal eine Halsbank. So, jetzt heilen wir wenigstens wieder zwei. Drei Schilde. Die Stärkung ist ja alleine schon für euch beide gut, weil ihr die Flüche im Deck habt. Ja. Egal, fünf Schaden. Wer hat der jetzt noch? 138 oder was? Ja. 138, jupp. 138, jupp. Na, tatsächlich denke ich keinen Schaden. Ja, ne? Oh, krass! Ich habe doch gesagt, der liebt dir ja dann auch, genauso wie ich negative Szenarioeffekte ignorieren. Wie krass ist das denn? Ja. Irgendwie bist du noch ein bisschen abgehackt beim Reden. Ja, keine Ahnung. So? Nein, ich will den Angriff nicht überspringen. Ich will den natürlich ausführen. Ja, sehr gut. Ja, das waren dann zwölf Damage die Runde. Zwölf. Ja. Das ist gut. So, der kloppt jetzt mal drauf. Ja, dann kann er auch den Boral benutzen, ne? Wobei, den kann er lieber benutzen, wenn er gleich gestärkt ist, glaube ich. Na, cool. Kriegt was zurück. Ja, ein kleiner Ausdauertrank. Das ist doch nett, den nehmen wir. Und dann machen wir noch einen Angriff. Ja, schade. Ja, die eine minus zwei. Ja, schade. Ja, schade. Ich richte auf jeden Fall den Moloch aus, ey. Ja, bitter. Aber jetzt hat er noch mal... Du liebe Zeit. Aber das ist gut, der Heinz hat Moloch. Ach, das ist überhaupt kein Problem. Hahaha. Die nächsten drei 17er Attacken sind dick. Hahaha. Das ist so... Alter. Der kommt sofort wieder. Der kommt sofort wieder, ja. So, brauche ich nochmal zwei Karten. Na, der Schildschlag ist schon nicht schlecht, ne? Äh. 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 Und ein Angriff 5, wäre natürlich nicht verkehrt. Äh. Äh. Natürlich mache ich mal eine Runde. Doch, ich brauche jetzt jetzt ... ... niedrige Karten, damit ich angegriffen werde. Äh. Äh. Das ist jetzt wichtig. Das heißt, ich muss mir ... ich muss ja angegriffen werden das ist jetzt wichtig dafür habe ich ihn ja den muss ich mit moll auch machen die 2 damage das ist doch das ist nicht doch auch kommen schon ist das dein ernst die zieht direkt die 0 ist nicht dein ernst ich hab das auch schon gehabt mit der beschwörerin erinnerst du dich fürchterlich es war die eine schlechte karte im deck und die zieht die dann natürlich ja ich bin ich gerade was für meine oberaktion die noch sinnvoll ist das alles ich habe nur die einzige stärkung machen wir dann gleich 104 wir haben echt drei charaktere die nicht hinkriegen negative szenarioeffekte ne richtig richtig ja warte mal kannst du mal bitte pingen wo ich jetzt hier hin sollte ja so habe ich das doch richtig ja tut mir leid ich musste gerade mal ermahnende zeichen in richtung katze machen da hat er wieder unfug gemacht da sind sie die lila wuffel ja nice wir haben die hälfte geschafft und ich mit zwei karten wieder ein angriff mehr machen heilung auf reich heute zwei jahre sind einfach völlig op zwei zwei angriffe zwei zwei angriffe ist gut und dann noch ein dreier oder noch ein vierer angriff gestärkt zwei zwei angriffe gestärkt und vier angriff gestärkt ist glaube ich ganz gut ja ja das ist gut das machen wir so okay plan war die nächste runde ja ich sehe dass wir schon wieder bei 30 minuten angekommen sind seht dann in der nächsten folge wie wir es mit dem der zweiten hälfte den zweiten 100 lebenspunkten des grauens aufnehmen und ja drückt uns die daumen dass wir dann auch erfolg haben werden macht's gut bis dahin und ciao